Ein Triple Sieg, ein 300 Millionen Euro Discard und viermal ein kompletter Kaderumbruch. Es lohnt sich also bei diesem Showdown mit dabei zu sein und mit dabei ist auch ein altbekannter Gast. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Letztes Video von uns schon ein bisschen länger her, aber umso gehypter bin ich, dass wir jetzt hier wieder back am Start sind. Und wir werden heute in eine Bayern-Karriere reingehen und werden heute auch alle Angebote annehmen. Also uns erwarten hier wilde Transferphasen und das Ganze machen wir hier über zwei Saisons. Und zwei Saisons sind wir hier auch reingegangen bei Dennis. Jedes Angebot haben wir zwar nicht angenommen, wir sind ganz normal reingegangen über zwei Jahre mit dem FC Chelsea, aber... Das war auch eine richtig wilde Karriere, unbedingt da auch vorbeischauen, Like und Abo natürlich da lassen. Und auch gerne hier ein kostenloses Abo da lassen, falls ihr neu seid. Und lasst auch einen Daumen nach oben da, lasst uns hier die 2000 schaffen. Hier seht ihr noch ganz kurz die Regeln, einfach stoppen, falls ihr die noch nicht kennt. Aber wir wollen natürlich jetzt direkt rein in die Transferphase. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go Freunde. 20 Minuten sind am Start und wir müssen uns nicht um den einen Kader kümmern, weil ja so oder so alle Spieler in dem Sinne auf der Transferliste stehen, also verkauft werden können. Und genau deswegen springen wir jetzt schon mal rein in den Kalender und warten auf die ersten Angebote, die jetzt hier auch schon kommen, für Tel, Pavlovich und Guerreiro sowie Choupo Moutinho. Tel geht einfach zu Union Berlin, Pavlovich dann, keine Ahnung, ich glaube, das ist die Niederlande. Bilbao möchte Choupo Moutinho haben und bei Guerreiro sind es sogar zwei Vereine. Ich werde beide Angebote einfach annehmen, das von Paris genauso wie das von Arsenal. Und damit sind wir gefühlt 10 Sekunden in der Karriere drin und haben schon die ersten vier Spieler verloren. Wir starten übrigens hier mit 122 Millionen rein. Und jetzt haben wir hier direkt das erste Angebot und das ist für Upamecano ein Tauschstil. Einen 81er ZOM hätte ich wahrscheinlich nicht geholt, aber wir müssen das Ganze hier annehmen. Und jetzt kommen direkt weitere Transferangebote an. Tel wird sich hier schon mal nicht bei uns entwickeln, der geht einfach zur Union. Aber noch viel wichtiger, mit einem höheren Marktwert. Goretzka geht hier für 63 Millionen zu Inter. Stranisic wird auch direkt weiterverkauft. Und jetzt kommt auch direkt ein Angebot für Guerreiro rein. Den hätten wir natürlich hier zum ZOM gemacht. Stattdessen bekommen wir Luka Bakio plus noch 5 Millionen. Auch der Transfer natürlich extrem bitter für uns. Leihangebote müssen wir natürlich ebenfalls annehmen. Mit Kaufoptionen, ohne Kaufoptionen ist eigentlich relativ egal. Ach ja, und Pavlovich, der Transfer hat nicht geklappt, weil er weiß ich nicht, zu viel Gehalt verdient. Aber sei es drum, der hat halt eine 59, spielt eh keine große Rolle. Das nächste Angebot, der FC Mess aus Frankreich, möchte Paul Wanner haben. Ist natürlich ein Megatalent, verstehe ich. Nehmen wir an. Der Start mit den Verkäufen war ziemlich wild, aber jetzt beruhigt sich das Ganze wohl so ein bisschen. Angebot für Herold nehmen wir natürlich an. Genauso wie auch hier Leih mit Kaufoptionen für Tillmann. Und auch der Wechsel von Herold kommt zu dem Stillstand, vielleicht auch hier, weil er zu viel Gehalt bekommt. Ja, jetzt haben wir aber erstmal eine Woche Pause, beziehungsweise nur Angebote für Spieler, die jetzt nicht so extrem interessant sind für uns. Also nach dem ersten Monat ist hier quasi fast nichts passiert. Und jetzt kommt hier ein richtiges Kracher-Ding rein. Piché bietet 100 Millionen plus. Natürlich wieder einen anderen Spieler, den wir hier eigentlich nicht haben wollten. Musiala, den hätten wir gerne behalten. Aber leider wird es dazu nicht kommen. Und Luke Barclough, den haben wir gerade erst hier quasi eingetauscht, beziehungsweise im Tausch bekommen. Und wir bekommen direkt den nächsten Spieler, den wir gar nicht wollen. Und jetzt holt auch die Konkurrenz noch Spieler von uns. Dortmund wird sich Masraoui in den Kader holen. Und für einen ähnlichen Betrag bietet jetzt auch der FC Barcelona für Leroy Sané. Auch das müssen wir natürlich hier annehmen. Die nächsten beiden Verkäufe stehen aber an. Wir verkaufen Masraoui an dem BVB für 45 Millionen. Und ja, Buchmann geht zu AZ Alkmaar. Ruf Leute, jetzt fängt es an weh zu tun. Masraoui war schon so ein Kandidat, aber Fonzi Davis auch noch zu Villareal. Also ein absolut wilder Verkauf hier für 62 Millionen. Ist absolut wenig Geld, aber müssen wir natürlich annehmen. Und der nächste Stammspieler verlässt uns. Das ist Leon Goretzka für 66,6 Millionen. 666, der Teufel grüßt. Und damit bleibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit in der Sommertransferphase, um Spieler für uns zu verlieren. Also in dem Sinne einfach zu verkaufen. Aber gut, ich habe sowas öfter schon in der Vergangenheit gesagt. Und dann flattern die Transferangebote plötzlich rein. Scheint jetzt aber hier noch nicht der Fall zu sein. Angebot für Lawrence von Empoli natürlich sofort annehmen. Nur noch eine Woche bis zum Deadline Day. Thomas Müller, da kommt jetzt nochmal ein Angebot rein. Und auch für Tillich kommt ein Angebot rein. Über 100 Millionen bekommen wir jetzt mal. Und diesmal auch ohne Tauschstil. Müller geht jetzt hier zu Nerpel. Und wir haben jetzt hier über 500 Millionen zum Ausgeben. Aber natürlich auch einige Baustellen in der Mannschaft. Obwohl Stürmer und Torwartpositionen sind auch am Start. Hätte er auch viel, viel schlechter laufen können. Wir warten aber erstmal noch ab, was am Deadline Day hier passieren wird. Zehn Stunden müssen wir hier noch überleben. Ja und dieser Transfer ist jetzt so richtig bitter. Wir bekommen nur 8 Millionen für eine 86er Gesamtstärke. Und brauchen jetzt natürlich noch einen neuen Keeper. Vier Stunden haben wir noch hier am Deadline Day. Jetzt müssen wir aber in die Mannschaft rein gehen. Wir brauchen ganz dringend Verstärkungen. Und ich weiß echt nicht, was ich auf der Torhüterposition mache. Kobel und Donnarumma eigentlich solche Standard Snipes. Die sind eigentlich zu offensichtlich. Und ich glaube, ich nehme einfach den Spieler, der hier am teuersten ist. Vielleicht glaubt Dennis, dass ich den dann eben nicht hole mit Donnarumma. Und dass ich eben die Konkurrenz mit Kobel schwäche. 135 Millionen nehmen wir hier direkt an für Donnarumma. Wir können gar nicht mehr lange überlegen. Wir bekommen hier einen richtig guten Keeper. Und ich hoffe, er bleibt auch. 135 Millionen. Das ist also der erste Transfer. Bleiben noch 400 Millionen übrig. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Transfer Deadline Day angekommen. Zehn Stunden verbleiben jetzt noch, um Transfers zu tätigen. Also selber Spieler zu kaufen und zu verkaufen. Unsere Startelf sieht eigentlich gar nicht mal so dermaßen schlecht aus. Also wir haben hier Laimer eigentlich noch im Mittelfeld. Wir haben immer noch Neuer im Tor. Es fehlt halt ein linker Verteidiger. Und ja, okay, eigentlich auch ein Rechtsverteidiger. Um die beiden Positionen zu ersetzen, haben wir jetzt aber auch 351 Millionen Euro Transferbudget zur Verfügung. Und damit können wir wahrscheinlich auch mit die besten Spieler auf diesen Positionen holen. Und genau aus diesem Grund hole ich mir also als neuen Rechtsverteidiger Ashraf Hakimi von Paris Saint-Germain. Und den Deal müssen wir auch schnell fix machen. Denn halb Europa ist gefühlt an ihm interessiert. City will ihn holen real, wie die ihn auch hier in der Karriere zurückhaben. Wenig verwunderlich auch bei seiner Gesamtstärke. Aber wir kriegen jetzt den Zuschlag. Und Hakimi wechselt von Paris nicht zu City, nicht zu Real, sondern zu Bayern. Hakimi ist einer der besten Rechtsverteidiger. Unser neuer Linksverteidiger ist aber wahrscheinlich der beste Linksverteidiger. Da können natürlich Leute verschiedene Meinungen haben. Aber faktisch, basierend auf den Ratings der Gesamtstärken hier im Spiel, ist Andrew Robertson von Liverpool mit einer 86 der beste Linksverteidiger im Spiel. Und eben auch unser neuer Linksverteidiger mit einer 86er Gesamtstärke. Wir zahlen auch unfassbar viel Geld mit 82 Millionen. Und damit haben wir jetzt schon mal die ersten zwei Positionen in der Startelf richtig gut ersetzt. Ja und ich muss das Geld hier loswerden. Ich werde jetzt hier direkt auf den besten Innenverteidiger mit Ruben Dias gehen. Das ist also Top-Transfer Nummer 2 für uns. Und ich weiß nicht, ob dieser Transfer jetzt hier Sinn macht. Aber ich glaube, ich muss hier einfach Haaland holen und damit auf eine Doppelspitze gehen. Okay, Haaland wird doch nichts. So viel Geld haben wir dann auch nicht. Aber genug Geld hier für Messi, den wir dann auf die ZOM-Position stellen. Also doch keine Doppelspitze. Sondern hier eine Direktverstärkung, die aber natürlich innerhalb von zwei Saisons ein bisschen runtergehen wird. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr lange überlegen. Spieler müssen jetzt hier ganz schnell geholt werden. So, jetzt will ich aber nochmal einen jüngeren Spieler holen. Ich hoffe, das klappt hier mit Bellingham. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade noch weitere Positionen brauche. Aber die ZM-Position, die brauchen wir noch. Und da holen wir uns jetzt nochmal einen Spieler mit richtig Potenzial dazu. Ja, der hier noch nicht mal richtig vorgestellt wird. 140 Millionen haben wir aber bezahlt. Da hätte es auch mal eine Vorstellung geben können. Der dritte und letzte Transfer wird ein neuer Mittelfeldpartner für Joshua Kimmich. Und da holen wir den alten Bro von Matthäus de Ligt, nämlich Frankie de Jong. Ebenfalls hier zum FC Bayern. Start der FC damit jetzt schon mal im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, gar nicht mal so verkehrt aus. Ich will jetzt aber noch abwarten, denn wir haben noch 10 Stunden Transferphase offen. Und das könnte noch heißen, dass wir einen Spieler auf alle Fälle verlieren können. Und siehe da, Leute, es kommt ein Angebot rein. Aber für Stanisic, das heißt, es ist noch nicht so schlimm. Und damit verleihen wir ihn jetzt also, glaube ich, auch mit Kaufoptionen an die Roma. Aber wie gesagt, Leute, das trifft uns jetzt nicht wirklich. Und es kommen auch noch weitere Angebote rein. Aber das alles für mehr oder weniger Spieler aus der Bayern-Jugend. Und die zu verlieren, tut uns jetzt nicht so sehr weh wie ein Harry Kane. Damit bleibt jetzt also auch nur noch eine Stunde am Transfer-Deadland-Day übrig. Und wir werden keinen Spieler mehr verlieren. Also außer die Angebote, die jetzt schon reinkamen. Und ich glaube, das hier ist Stanisic. Und vielleicht können wir ja mit den 60 Millionen, die wir gerade noch zur Verfügung haben, irgendwas anstellen. Für einen Transfer reicht das Geld dann noch. Und da holen wir Tony, Abi, Rüdiger für die Innenverteidigung. Hat leider nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil ich eigentlich Upa Meccano eintauschen wollte. Den hatte ich aber jetzt schon in einem anderen Deal eingetauscht, einen Spieler ein zweites Mal anzubieten, nachdem man da quasi schon ein Deal festgemacht hat mit einem anderen Verein. Das ist halt irgendwie nicht möglich. Aber sei es drum, Leute. Wir holen also nicht Van Dijk, sondern Antonio Rüdiger. Und haben jetzt einfach vier Innenverteidiger, vier sehr starke auch mitgelegt. Mit Upa Meccano, Kimmin Jey und jetzt also auch den Tony, Abi. Ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt für die Challenge, die wir hier und heute haben, eine gute Breite zu haben auf einer Position. Und damit ist unsere Transferphase jetzt also abgeschlossen. So, 41 Millionen haben wir nur noch übrig. So sieht hier die Mannschaft aus. Und Rechtsverteidiger hatte ich hier komplett gar nicht auf dem Schirm. So, jetzt muss es hier schnell gehen. 85er Gesamtstärke, 54. Das werden wir uns nicht leisten können. Mit Tauschspieler müssen wir also mit dran bieten. Bonasar bringt, glaube ich, nichts. Wir gucken direkt mal. Innenverteidiger haben wir hier auch gerade. Außenspieler haben wir auch nicht mehr. Konrad Leimer muss jetzt hier ran. Bloß noch 20 Millionen, damit das hier schnell durchgeht. Eine Minute haben wir noch. 68 Millionen, das wird hier nicht aufgehen. Wir haben auch keine richtigen Tauschspieler mehr. Das ist extrem bitter. Wir müssen jetzt wahrscheinlich darauf hoffen, dass Leimer dann auf der Rechtsverteidigerposition spielt. Oder wir irgendwie noch ein kleines Wunder schaffen in 30 Sekunden mit Kai Walker. Komm, ich gehe auch einfach direkt mit 30 Millionen rein. Wird natürlich direkt angenommen. Unter 20 Sekunden noch Zeit. Zwei Jahre Vertrag. Komm schon, das muss jetzt hier noch durchgehen, damit wir auf der Position gut besetzt sind. Und das sieht gut aus. Der Deal geht hier durch. Letzte 10 Sekunden. Ja, fast die Rechtsverteidigerposition vergessen. Aber am Ende hat es dann doch noch geklappt. Auf der Punk sind wir jetzt nicht mehr so gut besetzt. Und auf der ZM-Position habe ich einfach mal komplett vergessen, dass wir da noch einen 84er bekommen haben. Konnte ich, glaube ich, aber nicht eintauschen. Messi, der kommt natürlich jetzt hier rein. Denn auch für den anderen Tauschspieler planen wir hier nicht mehr als die Bankposition. Also jetzt hier nochmal zum Abschluss. Das sind die besten Transfers von allen Teams. Ja, wir sind ziemlich oft mit am Start. Die Transferfahrten sind vorbei. Und das heißt, es geht jetzt hier rein in die Discards. Und der Dennis wird direkt auch mal seine Auswahl hier als erstes stellen. Erste Position. Es geht um einen neuen Linksverteidiger. Von C. Davis hat mich nämlich leider Gottes verlassen. Das ist so einer der heftigsten Verkäufe in dem Sinne gewesen. Und sein Ersatz könnte sein. Theo Hernandez vom HC Mailand. Ein weiterer Hernandez-Bruder hier bei Bayern. Dann haben wir Acuña von Sevilla. Wir haben Di Marco von Inter Mailand. Wir haben Robertson von Liverpool. Und Balde von Barca. Also ich glaube, dass du sehr viel Transfererlöse hast. Ich gehe einfach auf Theo Hernandez. Macht vom Potenzial her am meisten Sinn für zwei Saisons. Okay, ich bin aber nicht auf Potenzial, sondern in dem Fall auf Rating gegangen mit Andrew Robertson. 86er Gesamtstärke, bester Linksverteidiger. Nehme ich mit, aber auch übelst viel bezahlt. 82 Millionen. Dann komme ich direkt zu meiner Auswahl. Und wir bleiben auch mal bei der Verteidigerposition. Mit der Endverteidigung geht es hier weiter. Ich habe da auch einen Spieler vom FC Liverpool, Van Dijk. Dann gibt es Marquinhos. Dann gibt es Ruben Diaz, Araujo und Militao. Und ich sage, du bist auf einen mit Potenzial gegangen. Und Araujo. Es ist Ronald Araujo. Zum Glück nicht. Ich bin mit dem besten Spieler gegangen, der auch noch ein bisschen Potenzial hat mit Ruben Diaz. Okay, stark. Sehr starker Transfer. Also in der ersten Runde schon mal keine Snipes. Aber wir kommen natürlich direkt zur zweiten Position. Gerade haben wir den Linksverteidiger. Jetzt der Rechtsverteidiger. Und da haben wir auch ein paar sehr stabile Namen zur Auswahl. Wir haben Alexander Arnold. Wir haben Frimpong, Hakimi, Rhys James und zu guter Letzt Molina von Atletico. Ich glaube, du hast Alexander Arnold geholt. Nochmal einen Liverpool-Spieler. Okay, nee, ist aber nicht geworden. Ich habe Aschraf Hakimi geholt. Das war mein erster Gedanke. Hakimi, erster Gedanke. Schade, schade, schade. Falsch entschieden. Gut, dann komme ich zu meiner zweiten Position. Eine Position rücken wir nach vorne. Auf die ZM-Position. Da habe ich zur Auswahl Kevin De Bruyne, Valverde mit Bellingham direkt den nächsten Realspieler, Bernardo Silva und auch Frankie de Jong. Gab es ja auch mal in echt so ein bisschen Gerüchte. Ja, ich gehe aber auf Bellingham. Ah, nein, das kann doch nicht sein. Oh ja, Diego, let's go. Mann, ich dachte wegen Frankie de Jong, da sage ich nochmal so ein Extrasatz zu. Nö, da sind meine Ohren schon automatisch auf Stummen. Ah, Mann, warum nehme ich den Bellingham wieder zurück? Okay, warte, ich mache direkt den Discard. 87er Gesamtstärker, das tut richtig weh. 92er Potenzial und natürlich, ja, über 140 Millionen, die jetzt hier flöten gehen. Ja, Freigabegebühr nicht im Budget, das ändere ich hier nochmal kurz. Ja, Geld ist keins mehr da. Im Winter wird es aber auch keine Transfers mehr geben. Ja, Bellingham wird jetzt hier freigegeben. Richtig bitter. Und jetzt also die letzte Position. Ich bete, dass ich meinen letzten Spieler auch behalten darf. Es geht auch um meinen Zentral-Mittelfeld-Spieler. Wir haben zur Auswahl den gerade gesnipten Bellingham. Wir haben Barella, Frankie de Jong, Sergej Milinkovic-Savic und Sandro Tonali, whatever. Ich glaube, komm, zwei Bellingham-Snipes in einer Folge wäre eine gute Sache. Ich glaube, du hast auch Bellingham zurück in die Bundesliga geholt. Genau darauf habe ich nämlich gehofft, denn ich habe Frankie de Jong geholt. Ah, Mann! Es hat wirklich alles perfekt gepasst. Du gehst auf de Jong, ich mache Bellingham weg und dann gehst du auf Bellingham bei mir. Perfekt, wirklich. So, dann kommen wir zu meiner letzten Position, die ZOM-Position. Da gibt es zwei Spieler, die man umwandeln kann mit Nkunku und auch Messi. Es gibt aber auch noch weitere Spieler, zum Beispiel Bruno Fernandes. Hat, ja, eine ordentliche Gesamtstärke. Oedegaard ist auch ziemlich gut oder Bundesliga-Konkurrenz-Schwächen mit Florian Wirtz. Was ist deine Entscheidung? Ja, also ich glaube, Messis Position kann man im Karrieremodus seit letztem Jahr auch schon nicht mehr ändern. Das geht eigentlich gar nicht. Deswegen gehe ich mal auf einen der Premier League Boys oder vielleicht noch Wirtz, oh, Silva, Fernandes und Wirtz. Das sind so meine drei Favoriten. Vielleicht denkst du dir jetzt schon, ja, Mann, geil. Okay, aber ich gehe mit Florian Wirtz. Ja, okay, Silva war gar nicht in der Auswahl, aber... Ah, nee, wer war der andere? Ödegaard. Ödegaard, ah, vergessen, sorry. Ich wusste aber zweitens der Premier League. Aber ich konnte mich schon davor freuen, wo du Premier League gesagt hast, denn ich habe Messi geholt und ich hoffe, das klappt jetzt mit der Position zur Wandlung, wenn du es so sagst. Okay. Ja, ich glaube eigentlich nicht. Deswegen, also bei ihm kannst du die Position gar nicht ändern. Okay, dann habe ich mich ein bisschen verpokert. Hat aber ZOM als Zweitposition. Das sollte also kein Problem sein. Ja, nicht vorhanden. Okay, du hattest recht. Perfekt. Und dann sind wir direkt am Ende der Saison und ja, mit dem FC Bayern keine große Überraschung. Ich bin Meister geworden. Du denke ich mal auch, oder? Nee, absolut nicht, Digga. Leipzig ist bei mir Meister geworden. Was? 85 Punkte. Ich habe nur 77. Ja, ich habe 82 Punkte. Leverkusen als Zweiter mit 67 am Start gewesen. Okay, 2016 der Stand. Dann also der DFB-Pokal als nächstes. Frage, auch hier, hast du ihn gewonnen? Ja oder nein? Ich habe ihn mit einem 5 zu 0 gegen Stuttgart im Finale gewonnen, ja. Stuttgart. Okay, ich hatte Dortmund im Finale. Stugi aber auch bei mir weit gekommen ist ins Halbfinale und ich habe das Ding ebenfalls gewonnen. Das heißt, für uns beide gibt es hier 6 Punkte. Das heißt, der Neustand 26 zu 22. Okay, dann geht es hier in die Gruppenphase. Der FC Bayern hat bei mir die perfekte Gruppenphase mit 18 Punkten gespielt. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir nicht ganz perfekt. Zwei Unentschieden, aber trotzdem 14 Punkte mit Abstand Erster. Drei Punkte also hier schon mal für die Gruppenphase und wir machen direkt weiter im Achtelfinale. Das habe ich hier gegen Braga natürlich gewonnen. Gegen Braga, okay. Ich hatte Inter als Gegner und ich habe es irgendwie mit italienischen Teams in der Champions League, weil die hauen mich immer raus. Inter hat mich rausgehauen. Achtelfinale, da hört es dann auch schon auf. Okay, die Punkte gehen da natürlich nicht mehr weiter für uns mit den Bayern. Für mich geht es natürlich hier weiter. Porto, der nächste Gegner, richtiges Losglück. Im Halbfinale dann jetzt hier noch den FC Barcelona bekommt und im Finale 3 zu 0 gegen Arsenal gewonnen. Also maximale Punktausbeute. Ja, das sind 18 Punkte und damit ist der Showdown schon absolut verloren, weil es 44 zu 25 steht. Aber im nächsten Jahr kann sich alles noch ändern durch einen Snipe. Bei mir übersichtlich, Trainer des Monats, weil ich habe 0. Ja, ich habe 3. So, das Triple ist geholt. Wir gucken noch auf die Spieler. Wäre eine große Überraschung, wenn ich da jetzt auch noch viele Punkte verlieren würde. Wie viel hat dein Keeper, also Manuel Neuer? Manu hat 12 Spiele zu 0. Ja, okay. Donnarumma hat bei mir 19. Dann Vorlagentrauerspiel 9 von Gnabry. Ja, ich habe auch Gnabry, aber der hat 16 bei mir gemacht. Und Tore ist dann das Einzige, was halbwegs passabel ist. Harry Kane hat 32. Ja, bei mir auch 32. Ja, Triple geholt, obwohl wir ohne richtigen Innenverteidiger gespielt haben. MJ Kim ist nämlich hier zu Leverkusen per Freigabe immer gewechselt. Also keine Ahnung, wie wir es hier geschafft haben mit dieser Innenverteidigung. Das Triple zu holen, aber natürlich eine sehr gute Sache. Jetzt gehen wir direkt in die nächste Transferphase. Okay, Leute, ziemlich deftige Packungen bekommen im ersten Jahr. Vielleicht können wir das Ganze im zweiten noch ein bisschen besser machen. Budget ist aber jetzt nicht wirklich der Hammer, denn es ist genau dasselbe wie im ersten Jahr. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und nicht vergessen, Leute, wir müssen natürlich auch jedes Angebot annehmen. Und starten tut es mal wieder absolut wild, denn wir kriegen ein Transferangebot für Hakimi. Wir kriegen mehrere Transferangebote für, ja, Rüdiger. Da haben wir einmal Lindström im Tausch und ein Angebot von Man United. Nehme ich beide an und ja, okay, bei Lindström, hier müssen wir noch verhandeln. Tauschgeschäft auch für Upamecano. Da kriegen wir einfach Grani Jaka von Leverkusen. Vielen Dank für nichts. Wechsel zu Napoli von Rüdiger. Nicht stattgefunden, weil er doch zu Man United gegangen ist und auch Hakimi ist verkauft und wir können auch Jaka jetzt annehmen. Damit geht also Upamecano zu Leverkusen. Nächstes Angebot dann für Kimi J. Es ist ein Tauschgeschäft und hier kriegen wir halt immerhin ein Comeback von David Alaba und das ist halt in Ordnung. Nehmen wir an und verhandeln dann auch mit David Alaba. Wir starten schon mal mit 160 Millionen rein und da werden natürlich jetzt deutlich mehr draus. Denn jetzt wird hier zum Start direkt mal eine Freigabesumme gezogen. Wird zumindest, ja, ordentlich Transferbudget für uns frei. Davies wechselt hier zu Liverpool. Ja, das heißt, wir müssen natürlich gleich einen neuen Linksverteidiger holen, aber haben dafür auch ordentlich Geld. Ja, und direkt das zweite Angebot für einen Spieler, den wir gar nicht haben wollten. Der geht jetzt hier wieder zurück zu Neapel und das für knapp 40 Millionen. Und jetzt kommt hier wohl das krasseste Angebot rein, was hier reinkommen kann. Für Harry Kane natürlich 178 Millionen, aber wir fällen hier natürlich eine 90er-Gesamtstärke, die gleich natürlich weggesnipet werden könnte, wenn wir die ersetzen. Es könnte sich also doch nochmal hier alles in diesem Showdown verändern durch diesen Kracher-Transfer. Oh nö, Freigabesumme für Kane bezahlt. Oh nein, wer ist es? Es sind, ja, 197 Millionen von Real Madrid. Jetzt sehen wir auch den Deal für Min Jae an und damit haben wir Alaba wieder zurück. Und damit hat auch Harry Kane den Verein verlassen und es wird aber nicht besser. Denn auch Frenkie de Jong geht nach einem Jahr bereits hier beim FC Bayern und das zum AC Milan für 144 Millionen. Die Startelf bricht so dermaßen auseinander. Real Madrid und einen weiteren Spieler von uns, das ist Robertson, aber auch Liverpool macht ein Angebot. Ich nehme mal wieder beide an und hier hatten wir auch einen Kauspieler mit Arnau Martínez, ein sehr stabiles Talent, aber ich will Robertson herbehalten. Leroy ist der nächste, der nächste, Barcelona will ihn haben für 55 Millionen. Und wir haben halt wirklich unsere gesamte Startelf verkauft. Ja, denn auch Gnavri geht jetzt. Freigabesumme wird gezogen von City, 74 Millionen. Was bleibt von der Startelf noch übrig? Ja, über 415 Millionen sind wieder am Start und der erste Monat ist noch nicht mal vorbei. Ja, und das nächste Angebot für über 150 Millionen kommt hier rein. Der nächste 90er, der uns hier verlassen wird mit Ruben Dias. Ja, eben nicht weggesniped, jetzt aber weggekauft von Paris. Ja, wir stehen bei knapp 600 Millionen und haben noch zwei Wochen in dieser Transferphase und kriegen natürlich auch weitere Angebote rein. Auch Coman wird hier für über 100 Millionen wechseln und bei Leimar wurde die Freigabesumme gezogen. Also so langsam gehen wir echt in die Richtung von einer Milliarde. Ja, Leimar verkauft und hier direkt die nächste Freigabesumme, die gezogen wurde. Gnabry wechseln zu Barca oder auch zu Real Madrid. Ja, wir sehen, es wird hier Real Madrid und wir sehen hier auch 830 Millionen und die müssen wir natürlich jetzt hier am Deadline Day ausgeben. Womit wir jetzt aber auch am Transfer Deadline Day angekommen sind. Ich sehe schon, City will sich wahrscheinlich auch noch Leimar holen und da verlässt uns jetzt also auch Konrad Leimar am Transfer Deadline Day. Was passiert hier bitte gerade? Also so sieht jetzt gerade unsere Startelf aus. Wir haben halt noch gelegt in der Innenverteidigung, Kimmich, Musiala, Coman und ja, da hört es dann eigentlich auch schon auf. Aller Balls-Linksverteidiger ist schön, aber ja, den wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt haben. Positiv ist jetzt halt nur in Anführungszeichen, dass wir fast 900 Millionen Euro Budget haben und damit uns jetzt natürlich auch richtig gute Spieler holen können. Der erste wird Victor Osimian für den wir fast 180 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Aber mit einer 90er Gesamtstärkung gerade mal 25 Jahren ist er die auf alle Fälle auch wert. Die Startelf sieht aktuell natürlich überhaupt nicht gut aus. Walker ist dann auch noch verletzt. Also ja, eigentlich müssen wir fast jede Position hier austauschen außer die ZM oder ZDM, ZDM und die Torwartposition. Und dafür haben wir jetzt weniger als 13 Minuten Zeit. Und wir starten hier direkt rein mit Erling Haaland, 93er Gesamtstärker, aber natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der hier weggesnipet wird. Aber wir müssen ja auch einfach mal knapp 300 Millionen ausgeben. Ja, da sind ja die 178, die wir für Kane bekommen haben, fast nichts. Denn fast das Doppelte müssen wir hier für Haaland bezahlen. Wenn der jetzt natürlich weggesnipet wird, dann haben wir ein richtig großes Problem. Wir machen weiter auf der Innenverteidigerposition, bedienen uns hier beim FC Liverpool. Mit Van Dijk holen wir hier den nächsten Top-Spieler, für den wir aber gar nicht so viel bezahlen müssen. 50 Millionen für eine 89er Gesamtstärke. Ja, zwei Positionen haben wir ersetzt, aber wir haben noch jede Menge vor uns. Ich glaube, wir müssen erstmal weitermachen mit den Flügeln. Bei Vinicius läuft der Vertrag aus, deswegen könnten 150 Millionen hier reichen. Okay, reicht doch noch nicht. Aber bei 160 geht der Deal hier durch. Und wir bekommen damit die nächste 90er Gesamtstärke in unser Team. Und nach der 90er Gesamtstärke ist vor der 90er Gesamtstärke. Denn wir holen jetzt hier auch noch Kevin de Bruyne. Unser neuer rechter Flügel soll dann Mo Salah von Liverpool werden. Und damit ist auch der Deal perfekt. Der linke Flügel kommt dann ebenfalls aus der Premier League, aber von Manchester United. Und das wird Marcus Rashford, für den wir ebenfalls 120 Millionen zahlen müssen. Der Ersatz für Frenkie de Jong kommt vom größten Rivalen von Barca, nämlich von Real Madrid. Und da holen wir Chuameni als neuen Partner für Kimmich. Ebenfalls von Real Madrid kommt dann unser neuer Linksverteidiger. Da will ich nicht David Alaba spielen, sondern hole Cancelo wieder zurück hier zu den Bayern. Wohl oder übel müssen wir jetzt aber auch mit Alaba als Linksverteidiger spielen, denn das Geld für einen neuen Rechtsverteidiger, das habe ich nicht und den muss jetzt Cancelo machen. Vom übrigen Geld müssen wir nämlich unbedingt die Innenverteidigung verstärken und da hole ich Marquinhos von PSG. Denn von unserem letzten Geld müssen wir uns eine neue Nummer 1 holen. Manuel Neuer, er ist viel zu alt, hat jetzt nur noch eine 84er Gesamtstärke und da lasse ich mich die Lumpen und hole Thibaut Courtois von Real Madrid. 90er Gesamtstärke, knapp 60 Millionen Euro wert und jetzt unsere Nummer 1 für dieses letzte Jahr. Ja, jetzt müssen wir aber schon ein bisschen auf das Geld achten, deswegen ist ein Spieler, wo der Vertrag ausläuft, denke ich, eine richtig gute Option. Militao, 88er Gesamtstärke, den bekommen wir hier für knapp 76 Millionen und damit lösen wir natürlich ein weiteres Problem hier auf der Innenverteidigerposition, die jetzt natürlich wieder richtig gut aussieht. Linker Flügel haben wir ja schon was gemacht, rechter Flügel noch nicht und auch die beiden Außenverteidiger sind noch nicht am Start. Also drei Spieler brauchen wir noch für die Startelf. 5 Minuten haben wir Zeit und 122 Millionen zur Verfügung. Ich gucke aber erstmal, ob hier vielleicht noch was am Deadline-Day passiert. Ne, hier passiert nichts mehr, wir gehen rein in die letzte Stunde und der erste von den letzten drei Transfers soll hier Mo Salah werden in einem Tauschstil, das geht sogar auf. Sehr gute Sache, auch er hat nur noch 12 Monate Vertrag und damit wir ihn relativ günstig hier bekommen. Ja, die Offensive steht schon mal bei uns und sieht natürlich richtig gut aus, aber bei der Verteidigung müssen wir noch was machen, mal gucken, 60 Millionen für Cancelo. Ja, das klappt nicht, das wäre dann der letzte Spiel, den wir hier machen. Ja, eigentlich müssen wir aber auch auf der anderen Seite Kyle Walker hier austauschen. Die Frage ist nur, ob wir das jetzt noch können in der Minute, die wir jetzt hier noch Zeit haben und ja, auf der anderen Position können wir Kyle Walker hier schon mal nicht eintauschen, da könnte es knapp werden, da habe ich natürlich dann einen anderen Linksverteidiger noch als Option, aber erstmal müsste ich hier 54 Millionen für die Lorenzo bezahlen. Ja, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, das kommt vorne und hin mit dem Geld nicht hier zusammen, auch mit dem älteren Linksverteidiger, wir gehen also auf Cancelo. Kyle Walker ist natürlich ein doppeltes Problem, erstmal verletzt und dann, wenn er wieder fit ist, ist er auch nicht so extrem gut, aber zumindest auf der linken Seite holen wir hier einen guten Spieler zurück. Ja, Geld ist natürlich jetzt hier keins mehr da. Startelf sieht damit jetzt also wie folgt aus hier noch Marquinhos rein und dann haben wir das Ganze, also es hat sich unfassbar viel verändert, drei Spieler, neu in der Viererkette, neuer Keeper, ein neuer Mittelfeldspieler und ein komplett neuer Dreierangriff, also hier ist so dermaßen viel passiert. Und ey, wehe, jetzt passiert noch was in diesen letzten sieben Stunden der Transferphase, also bis auf so eine Laie, das ist ja voll okay. Oh ja, perfekt, jetzt kriege ich ein Angebot für Alaba, den ich erst bekommen habe. Halt Real Talk, Digga, warum ist das überhaupt möglich im Spiel? Ich habe den doch erst seit drei Wochen im Verein. Und siehe da Leute, Alaba kam erst vor kurzem wieder und geht jetzt auch wieder. Digga, ich check wirklich den Karrieremodus manchmal nicht. Warum ist das möglich überhaupt? Zum Glück haben wir jetzt aber auch noch genug Zeit, um einen Ersatz zu holen und er kommt aus der Bundesliga. Und da holen wir also Jeremy Frimpong von Bayern 0 für Leverkusen. Wir haben jetzt noch exakt knapp eine Minute, eine Minute, ja, zwei, eins, irgendwie sowas auf der Uhr. Und damit ist die Transferphase jetzt also geschafft, Leute. Der Kader unfassbar krass verändert mit Verkäufen, mit Neuzugängen. Und ja, jetzt haben wir einfach Frimpong als Rechtsverteidiger und Cancelo links. Und damit steht die Mannschaft jetzt also, der Deadline-Day ist vorbei. Wir haben rechts Frimpong, wie gesagt, links Cancelo und ansonsten, ja, was soll ich sagen, Leute. Es ist so dermaßen viel passiert in der Transferphase mit Verkäufen, mit Neuzugängen. Jetzt hoffen wir mal wenigstens, dass, ja, die Zeit ist vorbei, dass unsere Spieler die Snipe-Phase überleben werden. Ja, wir haben wieder mal komplett übertrieben in der Transferphase. Hoffentlich lohnt sich der Wechsel von Haaland und natürlich auch von den anderen Spielern. Transferphase vorbei. Jetzt geht es natürlich wieder los mit den Discards und ich starte direkt rein hier mit der zentralen Mittelfeldposition. Ich gebe dir natürlich wieder fünf Spieler. Der erste ist Bernardo Silva, der zweite ist De Bruyne, der dritte ist De Jong, vierter ist Valverde und dann nochmal Petri als letzter Spieler. Gib mir Valverde. Ja, Valverde wird es nicht. Ich habe nämlich De Bruyne geholt, war deutlich günstiger. Meine erste Position könnte direkt mal für Schmerzen sorgen, denn es geht um einen neuen Keeper. Manuel Neuer musste ersetzt werden und zur Auswahl haben wir Jan Oblak, Thibaut Courtois, Mike Magnon, Ter Stegen oder Alisson. Ich glaube, es ist Herr Stegen. Okay, es ist nicht geworden, Liga ist richtig, aber ich habe mich am Ende für Courtois entschieden. Gut, dann komme ich zu meiner nächsten Position, zu meiner zweiten Position. Bei mir könnte es auch schmerzhaft werden, denn jetzt kommt es zur Stürmerposition. Bei mir wurde Kane verkauft. Ich weiß nicht, bei dir ist er geblieben? Ja, ist er auch bei mir verkauft, leider. Oh, okay, gut. Dann mache ich mal hier die Stürmerposition. Da haben wir natürlich die besten Spieler am Start mit Haaland, Mbappé, Ozyman, dann kommen noch Lewandowski und Griezmann dazu. Diesmal gehe ich wirklich safe und ich bin mir auch sicher, es ist Mbappé oder Haaland. Es ist Haaland. Nein, das gibt es doch nicht. Ich wusste es, ich habe es auch gesagt in der Aufnahme, Mbappé oder Haaland ist so offensichtlich, macht ja auch nur Sinn, ne? Ja, ich habe mich für den falschen Spieler entschieden. Haaland, fast 300 Millionen gekostet. Okay, dann kommen wir zu deiner nächsten Position. Ja, ich mache es dir gleich, denn bei mir geht es auch um Stürmer. Auswahl ist auch relativ ähnlich. Wir haben nämlich auch Mbappé, Ozyman, Haaland, Lautaro Martinez und Christopher Nkünkü. Ich glaube, Haaland hast du nicht als erstes genannt. Ich glaube, du hast auch Haaland geholt. Ja, ich habe mal wieder den Bait hier benutzt. Ich habe weder Mbappé noch Haaland geholt. Ich habe Ozyman geholt. Okay, okay, na gut. Gut, dann komme ich zu meiner letzten Position. Ich habe noch mal was auf den Flügel getan. Also, beide Flügel muss ich austauschen, aber ich setze jetzt hier einen Spieler und den besseren Spieler zur Auswahl. Wir haben einmal für den linken Flügel Raphael Leao, Quarazkelia, Son, Vinicius oder Saka, den ich dann natürlich umtrainiert hätte. Ja, es tut mir leid, wenn Leao geholt wurde, weil er ist halt leider einer meiner Lieblingsspieler und deswegen gehe ich auf Raphael Leao. Auch bei mir auch. Ja, ich habe ihn nicht geholt, auch wenn er einer meiner Lieblingsspieler ist. Ich habe mich für den besten Spieler mit Vinicius entschieden. Okay, krass. Nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Verletzte Position Innenverteidiger. Wir haben zur Auswahl Ruben Diaz, Virgil van Dijk, dann haben wir Kollege Ronald Araujo, wir haben Marquinhos und Basconi. Also, ich glaube, beim Stürmer hast du nicht so extrem viel Geld ausgegeben, wie ich zum Beispiel mit Haaland. Ich glaube, du hast direkt den besten Innenverteidiger mit Ruben Diaz geholt. Hatte ich leider absolut kein Geld für, weil, wie gesagt, die ganze Transferphase hat mich komplett auseinandergenommen. Ich habe Marquinhos geholt und daneben kann ich aufzählen Frimpong, Jean Cancelo, Chouameni, Rashford, Salah und das war's. Wir sind am Ende der Saison und direkt eine Enttäuschung bei mir, ich bin nur auf dem zweiten Platz gelandet. Bist du Meister geworden? Oh, miese Enttäuschung. Wie viele Punkte hast du aber ohne Stürmer wohl angemerkt an der Stelle? Ja, Meister geworden. Okay, das heißt schon mal die ersten Punkte, aber Punkte müssen wir wahrscheinlich nicht mehr zusammenzählen. Wir gucken direkt rein in den Pokal. Da war Kiel und Bochum einfach mal das Finale. Okay, bei mir Bayern gegen Bayer habe ich gewonnen auch. Oh, okay, da könnte es vielleicht doch nochmal spannend werden. Ich bin direkt in Runde 2 gegen Dortmund rausgeflogen. Okay, das heißt also für mich schon mal in der Meisterschaft vier Punkte mehr und im Pokal jetzt also auch sechs Punkte mehr. Das sind zehn, aber leider die Champions League halt bei mir wieder nicht wirklich gut gewesen und mit nicht gut meine ich halt wieder achtelfinal aus gegen Arsenal. Ja, im Achtelfinale rausgeflogen, aber gegen, ah ne, ich bin doch gar nicht im Achtelfinale rausgeflogen. Im Viertelfinale bin ich dann aber rausgeflogen gegen Inter. Ah, okay, ja, Inter hat mich letztes Jahr rausgehauen. Ey, wenn die Champions League dieses Jahr wirklich gut gelaufen wäre, so wie bei dir letztes Jahr, dann wäre es wahrscheinlich wirklich nochmal spannend geworden. Aber so sind es glaube ich immer noch zehn Punkte Abstand oder so. Aber ich fand, war trotzdem ein richtig cooler Showdown und hat extrem viel Spaß gemacht mit richtig vielen Transfers. Ich hoffe euch auch. Lass ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, geht natürlich jetzt zu Dennis rüber, falls ihr seine Folge noch nicht gesehen habt. Und Dennis hat natürlich jetzt auch die abschließenden Worte. Ja, ich kann nur wiederholen, was der gute Herr Dino gerade gesagt hat. Wenn ihr von mir rübergekommen seid, auch hier Liebe dalassen, auch ein Abo, falls ihr neu sein solltet. Und ansonsten, ja, schreibt gerne Vorschläge für weitere Teams in die Kommentare. Und Daumen hoch, ihr wisst, haut rein. Ciao, ciao.